Hey wassup everybody, FMK is back, back in town, back in Germany and back here, for you. Lately I received a bunch of emails and people were asking me if I could do my videos in German. Yeah, I will do so, but I will also have some English subtitles for you. Alright, enough with irrelevant talking, let's get started with FMK. Okay, Mitte März war ja die mega FMK Food Challenge, in der ich bis zu 7000 Kalorien pro Tag zu mir genommen habe, um überhaupt 12 Kilogramm in dieser Zeit zu mir zu nehmen. Da fragt man sich natürlich, warum macht der das? Das Ziel des FMK Pros ist natürlich Leuten zu helfen. Leute, die sowieso schon sportlich und gesund leben, um über ihr Ziel hinaus zu wachsen. Aber auch natürlich das komplette Gegenteil. Leute, die total faul sind, übergewichtig, keine aktive Bewegung im Alltag haben. Oder meinen, sie hätten überhaupt keine Zeit, weil sie zählen 12 Stunden oder vielleicht sogar 15 Stunden pro Tag arbeiten müssen. Es ist natürlich leicht zu sagen, er oder sie ist faul, lustlos, strahlt hauptsächlich eine negative Stimmung aus. Und deshalb habe ich mir die Frage gestellt, woher dies überhaupt kommen kann. Bin ich diese Challenge eingegangen, mit den Folgen von natürlich 12 Kilo purem Fett, einem erhöhten Blutdruck, dann hatte ich noch einen erhöhten Puls, totale Atemprobleme und brutale Knie- und Gelenkschmerzen. Zudem kam diese Lustlosigkeit, Trägheit, negative Stimmung, die schon fast zu einer Depression führte. Und da habe ich einfach gemerkt, wie sich Leute fühlen, die genauso leben, aber nicht für Wochen, wie ich es gemacht habe, sondern für Monate bzw. Jahre. Mit anderen Worten, es ist einfach nicht selbstverständlich, aus diesem Tief irgendwelche Hoffnung zu schöpfen, irgendwelche positiven Gedanken zu haben, um aus dieser Situation überhaupt rauszukommen. Doch jetzt kommt natürlich der Key der ganzen Sache, der Schlüssel zum Erfolg. FMK hat einen Plan kreiert, der den Weg ebnet, um aus diesem Tief, welches ich gerade dargestellt hatte, zu erwachen. Aufzusteigen in ein neues Leben, mit viel, viel mehr Lebensqualität, viel mehr Freude und einem gesunden Wohlbefinden und dort auch langfristig zu bleiben. Und das ist der Schlüssel, das ist der Key für dich und deine Gesundheit. Und wenn du dich in dieser Geschichte wiederfindest, jemanden kennst aus deiner Familie, deinem Freundeskreis oder erweitertem Kreis, schreib gerne eine kurze E-Mail mit deinem Namen und dem Problem an info at fitness-motivation-key.com Setz ein Zeichen, um etwas in deinem Leben zu verändern, denn es ist dein Leben, deine Zeit, deine Gesundheit und es ist nie zu spät für mehr Lebensqualität. Bis bald, FMK will be back. Outro